Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, was die Wenn-Feder-Funktion in Microsoft Excel ist. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du es siehst, befinden wir uns in unserer Beispiels-Arbeitsmappe. Du kannst diese Arbeitsmappe ebenfalls für Übungswecke nutzen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was die Wenn-Feder-Funktion eigentlich ist. Nutzt man in Microsoft Excel verschiedene Funktionen oder auch Formeln, so kommen einem immer wieder Fehlermeldungen unter. Als Beispiel die NV-Feder-Meldung oder die Diff-Feder-Funktion. Möchte man nun anstatt dieser Fehleranzeige nun einen Text wiedergeben, als Beispiel Fehler oder Sonstiges, so kann man die Wenn-Feder-Funktion nutzen. Als Beispiel haben wir hier A, B und das Ergebnis. Ich möchte nun hier A geteilt durch B anzeigen lassen. Schreibe ich das nun hier rein mit einer ganz normalen Formel, B3 durch C3 und ziehe das nun hier runter, so werde ich hier die Fehlermeldung bekommen, weil hier in dieser Zelle sind keine Werte vorhanden. Nun möchte ich jetzt, dass hier nicht diese Fehlermeldung angezeigt wird, sondern einen Text, den ich selber wählen kann. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier in deine Zelle rein und schreibst istgleich wenn Fehler auf. Nun haben wir hier zwei Werte. Einmal den Wert, wenn keine Fehlermeldung kommt und einmal den Wert, wenn eine Fehlermeldung angezeigt werden sollte. Als erstes, sprich unter dem normalen Wert, möchte ich wieder unsere Formel haben, B3 durch C3. Wichtig an dieser Stelle ist, du kannst ebenfalls andere Funktionen hier einbauen, wie eine Wenn-Funktion, Index-Funktion oder Sonstiges. Lass hier einfach das Ist-Gleichzeichen vorher weg. Und nun mache ich ein Semikolon, mache zwei Anführungszeichen und in der Mitte dieser zwei Anführungszeichen gebe ich nun den Text ein, den ich angezeigt haben möchte. Als Beispiel Fehler. Mache ich nun die Klammer zu und drücke auf Enter, so sehe ich hier, wenn ich es nun runterziehe, dass hier anstatt der Fehlercodeanzeige Fehler dasteht. Das heißt, ich kann hier meinen eigenen Text einfügen. Ein weiteres Beispiel habe ich hier in der Suche unseres Lagerartikels. Hier habe ich eine Index-Funktion gepaart mit der Vergleichs-Funktion gebaut, die anhand der Artikelnummer nun hier die Daten ausspuckt. Habe ich hier nun eine Artikelnummer, die hier oben in dieser Reihe nicht zu finden ist, so kommt die NV-Fehlermeldung. Hier kann ich nun entweder wählen zwischen der Wenn-NV-Funktion, was diese ist, erfährst du in einem anderen Video, das Video ist in der Videobeschreibung zu finden, oder eben der Wenn-Fehler-Funktion. Hier kann ich nun Folgendes eingeben. Ich kopiere mir hier meine Formel in die Zwischenablage mit S, D, G und C, gehe in die Zelle, schreibe ist gleich Wenn-Fehler, Klammer auf, gebe nun den Wert ein, also die Formel, mache ein Semikolon und wieder die zwei Anführungszeichen und schreibe nun hier zwischen die zwei Anführungszeichen rein, nicht gefunden, mache die Klammer zu und drücke auf Enter. Nun, wenn ich hier eine falsche Artikelnummer eingebe, wird nicht der NV-Fehler-Code angezeigt, sondern nicht gefunden. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Excel-Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir, bei Erfolg, dein Microsoft Excel-Kurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.